Hallo meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vom Gender Pay Gap habt ihr vermutlich schon mal gehört. In Ostdeutschland gibt es den beispielsweise gar nicht. In Ostdeutschland verdienen Frauen mehr als Männer. Allerdings muss man sagen, dass Menschen in Ostdeutschland generell weniger verdienen als Menschen in Westdeutschland. Und das ist ein Thema, darüber müssen wir nochmal reden, generell über soziale Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Das wird ein Thema auf meinem Erstkanal werden. Und generell, es gibt so viele Themen, die es wirklich wert wären, mal betrachtet zu werden. Aber die Zeit, Leute, die Zeit. Und da muss man immer gewichten, welche Themen eine besondere Relevanz besitzen und welche wirklich, wirklich mal angesprochen werden sollten. Und dieses Thema heute, das ist nicht nur wichtig, das ist tatsächlich auch überlebensnotwendig. Und es besitzt eine Relevanz für ungefähr die Hälfte dieser Bevölkerung. Wir reden heute über den Gender Data Gap. Schon mal davon gehört? Vermutlich nicht, oder? Deswegen seid ihr jetzt neugierig auf dieses Video gestoßen. Und das liegt daran, dass es auch hierzulande immer noch viel zu unbekannt ist. Im Jahr 2010 veröffentlichte die Apothekenrundschau eine Umfrage bezüglich der Zufriedenheit mit ärztlichen Untersuchungen bzw. Behandlungen. 7,9% der befragten Männer gaben an, dass sie bei ihrem Arzt ihre Wünsche nicht berücksichtigt fanden. Bei den Frauen waren es 12,5%. Und dieser doch ziemlich deutliche Unterschied, den konnte man noch nicht so richtig verorten im Jahr 2010. Jetzt gibt es dafür einen Grund, nämlich den Gender Data Gap. Es herrscht ein Informationsdefizit, das dazu führt, dass etwas, das für einen Mann vielleicht vorteilhaft funktionieren kann, nicht unbedingt auf eine Frau angepasst werden kann. Okay, Moment, Moment, Moment. Wir müssen jetzt erstmal theoretisch da einsteigen, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Also, der Gap bezeichnet das Fehlen oder die verzerrte Darstellung von Daten in Studien und Statistiken und der Vereinheitlichung von Design, Dosierung etc. basierend auf einem männlichen Standard, der aber für Frauen keineswegs so gilt, wie er angenommen wird. Und das betrifft auch im Alltag so Dinge wie die Schlange vor den Damentoiletten. Ja, also das Damentoiletten im Vergleich zu den Toiletten für die Männer irgendwie fehlkonzipiert. Oder dass Sprachbefehle von Frauen deutlich schlechter verstanden werden als von Männern. Außer es sind Ostdeutsche. Da funktioniert das generell nicht. Hä, Spracherkennung, woher kommt das? Das liegt daran, dass die Datenbanken, mit denen diese Sprachassistenten arbeiten, zum Großteil männliche Datensätze haben. Und je genau man hinschaut, desto mehr erkennt man, dass hier irgendwas in Schieflage geraten ist oder sich generell in Schieflage befindet. Beispielsweise bei den Klaviertasten. Hey, was kann denn jetzt bei Klaviertasten für Frauen schlecht sein? Die Größe, die Spannweite. Es haben Studien herausgefunden, dass das Verletzungs- und Schmerzrisiko von Frauen um 50% erhöht ist gegenüber männlichen Pianisten. Davon weiß Grunde keiner. Das erwartet man irgendwie auch nicht. Und das hinterfragt auch keiner. Und darin liegt nämlich das Problem. Und es kann auch noch deutlich dramatischer werden. Beispielsweise, wenn es um die Bekämpfung von Krankheiten oder das Entdecken von Symptomen geht. Beispielsweise, und das ist so das prominenteste Beispiel, der Herzinfarkt. Der wird nämlich im weiblichen Falle viel, viel seltener diagnostiziert als bei Männern. Und das liegt daran, dass die Symptome teilweise sehr unterschiedlich sind. Tatsächlich wird der weibliche Herzinfarkt nur bei einer von drei Frauen von diesem charakteristischen Schmerz im linken Arm begleitet. Es gibt auch ganz andere Arten von Herzinfarkten. Beispielsweise gibt es bei Frauen das Broken Heart Syndrome. Das heißt wirklich so. Zu mehr als 90% tritt das nur bei Frauen auf. Bleiben wir mal im medizinischen Bereich. Ein ganz, ganz großes Problem ist beispielsweise auch die Dosierung von Medikamenten gewesen. Bis 2015 wurde eins der bekanntesten oder meistverwendeten Schlafmittel in Europa noch für Frauen und Männer jeweils gleich dosiert. Naja, dann gab es eine Studie der US-amerikanischen Zulassungsbehörde, die sich die Unfälle von Frauen genauer angeschaut haben. Und sie haben festgestellt, es gibt eine Verbindung zwischen Unfällen und diesem Medikament. Die Konzentration des Wirkstoffes war im Körper immer noch extrem hoch, weil es im weiblichen Körper viel langsamer abgebaut wird. Das Antidepressivum Fluvoxamin führt beispielsweise in der weiblichen Blutbahn zu einer 70 bis 100% erhöhten Konzentration bei der gleichen Dosis im Vergleich zum Mann. Und dadurch ist die Gefahr einer Überdosis natürlich extrem hoch. Für ein ähnliches Beruhigungsmittel fanden Forscher heraus, dass es das Leben von Frauen signifikant verkürzt, während es bei Männern nichts dergleichen tat. Man hat daraufhin die Dosis für dieses Mittel um die Hälfte gekürzt. Also wie gesagt, die Dosierung von Medikamenten ist ein ganz, ganz großes Thema und das liegt daran, dass Medikamente überwiegend an Männern getestet werden. Das ist übrigens auch bei Tierversuchen so. Da werden 60 bis 70% der Versuche auch an männlichen Tieren durchgeführt, weil das wohl angeblich vertrauenswürdigere Datengrundlagen liefern würde. Das stimmt aber gar nicht. Das sagt zumindest Prof. Dr. Vera Regnitz-Zagrosek, die Leiterin des Zentrums für Gendermedizin an der Charité in Berlin. Und ich meine, wir können da auch einen historischen Blick wagen. Erinnert ihr euch an den Kontergan-Skandal? Das ist auch so ein Beispiel. Es existiert überhaupt erst seitdem ich lebe, nämlich seit 1994, eine US-Richtlinie, dass Medikamente auch an Probandinnen getestet werden müssen. Und trotz dessen, dass das fast 30 Jahre her ist, hat sich daran nicht viel verändert. Es gibt zahlreiche Beispiele, bei denen doppelt so viele männliche Probanden als weibliche Probanden getestet wurden. Aber ja, es betrifft nicht nur den medizinischen Bereich, es betrifft noch so viel mehr technische Geräte, Sicherheitsverkehrungen im Auto, weil man ja mit Dummies arbeitet, die eher dem männlichen Körper angepasst sind. Bei der Stadtplanung, selbst bei Klimaanlagen im Büro. Man hat herausgefunden, dass die Klimaanlage im Büro auf einen 40-jährigen Mann angepasst ist. Aber gerade in der Medizin ist es besonders kritisch, besonders gefährlich und hier muss es dringend angepasst werden. Tatsächlich ist auch die WHO erst seit 2019 dabei, die Daten separat aufzuschlüsseln. Man liest auf der WHO-Seite, im Jahr 2019 wurden die globalen Gesundheitsstatistiken der WHO erstmals nach Geschlecht aufgeschlüsselt. Wenn Daten zur Einzelperson nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden, können die Gesundheitssysteme geschlechtsspezifische Ungleichheiten im Gesundheitsbereich besser erkennen und darauf reagieren und Ressourcen entsprechend zuweisen. Also wir sind hier gerade noch am Anfang einer solchen Erkenntnis und es ist doch erstaunlich, dass es erst jetzt soweit ist. Und das zeigt, wie selbstverständlich diese ganze Thematik in unserer Gesellschaft verankert ist. Weil man über Jahrhunderte eben als gesellschaftliche Entscheider den Mann an den Positionen hatte, wo entsprechende Fragestellungen sich an diesen Entscheidern bemessen haben. Das liegt dieser Systematik immer noch zugrunde und daran muss sich jetzt langfristig und schrittweise echt was ändern. Erst 2020 wurde das in Deutschland ein bisschen bekannter, das Thema. Und zwar mit dem Buch Unsichtbare Frauen. Ich verlinke euch das mal da unten, da findet ihr einen Auszug bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Könnt ihr euch mal reinlesen in das Thema. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Naja, also ich habe ja schon gesagt, es ist im Endeffekt, man kann es wirklich so sagen, überlebensnotwendig an vielen Stellen. Aber klar, es wird natürlich auch für politische Propagandamissionen missbraucht. Und deswegen müssen wir kurz darüber sprechen, was da eigentlich angelegt ist, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Also es geht weder darum, eine Frauenquote für irgendwas zu erzwingen. Da sind ja die erwartbaren Persönlichkeiten sehr schnell mit solchen Äußerungen. Auf der anderen Seite geht es auch nicht darum zu sagen, dass diese Verzerrung aufgrund von Boshaftigkeit entstanden sei. Also, eh jetzt irgendjemand von der einen oder der anderen Seite anfängt Kampfeslieder zu singen, diese Verzerrung entsteht nicht absichtlich. Sondern die ist diffust in unserer Gesellschaft. Es ist einfach der selbstverständliche und nicht hinterfragte Standardmann, an dem sich in so vielen verschiedenen Bereichen alles bemisst. Und das ist an so vielen Kleinigkeiten und Stellen so verankert in unserer Gesellschaft, dass wir es nicht hinterfragen. Wir hinterfragen es nicht. Deswegen sind wir auch nicht bewusst dabei, jemanden zu unterdrücken. Aber da wir jetzt bemerken, dass da irgendetwas verbessert werden kann, sollten wir das tun. Ich zitiere mal kurz einen Satz aus dem Buch Unsichtbare Frauen. Unser Denken wird in hohem Maß von der Annahme männlich bis zum Beweis des Gegenteils bestimmt. Und als Beispiel im Intro sozusagen nennt sie dafür so historische Beispiele wie Wikinger-Krieger-Grabbeilagen. Von der Forschung grundlegend als männlich angenommen wurden, bei denen sich dann aber später herausstellte, es sind ja weibliche Krieger, die man eigentlich ins Reich der Mythologie eingeteilt hatte. Oder beispielsweise Funde von skythischen Kriegerinnen tatsächlich, weil es scheinbar, so ergeben das die Forschung, 37% weibliche Krieger waren. Das war ein Reitervolk und das Pferd hat da auch den körperlichen Unterschied wettgemacht. Und deswegen ist da der Frauenanteil sehr hoch gewesen in dieser Kriegerkaste. Aber wieso bemerken wir gerade jetzt, wo es so lange irgendwie nicht in Frage gestellt wurde, dass da etwas schief liegt? Die Theorie der Autoren ist, dass das an Big Data liegen könnte, nämlich dass die Datenverarbeitung dazu führte, dass gewisse Fehlstellen aufgetreten sind, dass man festgestellt hat, Moment, das stimmt irgendwie so nicht. Oder hier ist irgendetwas anders, als man im Normalraum das sozusagen ausgestaltet hätte. Und durch diese gesammelten Datensätze wurde offensichtlich, hier muss nachgeregelt werden. Das ist traurig und erschreckend, Punkt, dass uns die KI sagen muss, Leute, irgendwas stimmt so nicht bei euch. Okay, okay, mag sein, mag sein, dass wir in dieser Dystopien, der wir leben, jetzt von Computern darauf hingewiesen werden, was wir in unserem Sozialsystem verändern müssen. Die Frage ist aber, wie verändern wir das? Und Prof. Dr. Vera Regnitz-Zakrosek sagt in einem Interview mit Deutschlandfunk, wir meinen aber nicht, dass die andere Medizin jetzt von Frauen und von Männerärzten kommuniziert oder angewendet werden muss. Es geht um das Wissen, um die Unterschiede, beispielsweise in Bezug auf die Hormone oder die Normalwerte für Blutwerte und Sauerstoffträger im Blut. Und tatsächlich tut sich jetzt etwas in der Medizin auch wirklich spürbar. Deprimierenderweise liegt das aber wieder an der männlichen Perspektive, weil nämlich hier eine Schieflage diesmal zu Ungunsten der Männer existiert und zwar im Hinblick von Covid-19. Männer haben größere Probleme mit Covid-19. Das führt gerade zu einer größeren Betrachtung von Geschlechterunterschieden, meint Regnitz-Zakrosek. Ich glaube, wir werden anhand von Covid-19 auch lernen, dass ein geschlechter-sensibler Blick auf Gesundheit und Krankheit wichtig ist. Es ist schon irgendwie bezeichnend, dass das jetzt wieder von männlicher Seite passiert. Aber Hauptsache, es bewegt sich irgendwas und man wird sensibler für dieses Thema. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch andere Themen und bekanntere Themen, die in diesem Zuge diskutiert werden sollten. Wir haben uns jetzt sehr viel auf Medizin bezogen. Ich poste euch jetzt hier einfach mal eine Übersicht, wo ihr einen Input bekommt für die verschiedenen Bereiche, die hier auch noch eine Rolle spielen sollten und auch eine genaue Betrachtung bekommen sollten. So, wie geht es jetzt weiter? Also hierzulande verändert sich jetzt auch was. Die Ampel hat beschlossen, 4 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, um geschlechterspezifische Besonderheiten zu erforschen, Modellprojekte zu fördern und die Effektivität der Versorgung zu untersuchen. Dann gibt es noch eine neue EU-Richtlinie, die vorschreibt, dass die Geschlechterverteilung in klinischen Studien danach zu beurteilen ist, inwiefern sie tatsächlich zu behandelnden Subgruppen in der Bevölkerung passt oder diese dann abbildet. Also was bedeutet, richtet sich das Medikament vor allen Dingen an Frauen, soll dieses Medikament dann auch von Frauen getestet werden? Was ja eigentlich komplett logisch wäre, aber bisher noch nicht so war. Und es sind halt auch so Dinge, die weiß man ja nicht. Also man könnte als vernünftiger Mensch bei gewissen Punkten von außen betrachtet vielleicht logisch irgendwelche Probleme früher herausfinden, wenn man denn wüsste, dass sie existieren. Jetzt wissen wir es. Und dazu muss man sagen, die Art der Formulierung macht das noch effektiver. Denn wenn sich das Medikament jetzt an Frauen beispielsweise in der Menopause richtet, dann soll das auch eben von dieser ganz spezifischen Zielgruppe getestet werden. Dadurch wird die Forschung natürlich komplexer, zeit- und kostenintensiver, aber eben auch besser. Und zwar für beide Geschlechter. Und wenn man jetzt diese dringlichen Themen entschärft hat, dann kann man sich dann sukzessive auch um die anderen Themen kümmern oder gleichzeitig. Hauptsache die Sensibilisierung darauf steigt und hoffentlich konnte ich mit diesem Video auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, darauf hinzuweisen, dass es da tatsächlich von uns allen mehr oder weniger unbemerkt, also vor allen Dingen von Männern, ich sage das ja alles aus der männlichen Perspektive, das muss man ja auch sagen, kann ja sein, dass jede Frau immer sofort erkennt, hier ist eine Schieflage, aber es irgendwie nicht durchkommt. Also an dieser Stelle mea culpa. Für mich ist es bisher etwas unbemerkt gewesen und das sagt vielleicht mehr über mich aus, als es sollte. Es ist, ähm... Ja, nehmt es mir bitte nicht übel. Und da ich ja scheinbar ziemlich halbblind durch die Welt laufe, was sind denn eure Punkte, wo ihr sagt, das gibt es auch noch im Alltag, wo es diese Schieflage gibt? Schreibt es mir mal da unten in die Kommentare, ich bin gespannt, was wir alle so gar nicht auf dem Schirm haben, so als Männer. Oder vielleicht habt ihr ja auch Sachen auf dem Schirm. Ähm, dass wir mal eine kleine Liste irgendwie zusammenstellen, das würde mich wirklich freuen, wenn wir das hier zusammen schaffen würden. Ich danke euch auf jeden Fall, bewertet gerne das Video, lasst dem Abo gerne einen Kanal da. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, Tschüssi Kowski.